Kastan Wagnis und Feria von Ferdoc? Unglaublich! Unglaublich! Aber was war nun das Motiv? Lucienne hat herausgefunden, dass fast alle Opfer eine Gemeinsamkeit hatten. Sie waren allesamt nachgefahren von Drachentötern. Weshalb aber diese Tiere ihnen das Herz herausgerissen haben, das kann uns nur noch dieser Wagnis erzählen. Mag sein. Aber wenn er klug ist, wird der Ferdoc bereits verlassen haben. Gefallen tut mir die ganze Sache hier überhaupt nicht. Vielleicht ist es doch nicht das Schlechteste, wenn das die Brahe aus Gewaltenschaft die Sache angenommen hat. Ich verstehe allerdings nicht, warum Feria von Ferdoc den Mord von Ardo bestritten hat. Lucienne sagte, dass Ardo vom Überstand kein Nachkommen eines Drachentöters gewesen sei, dennoch will er diesen Mördern zum Opfer. Ich verstehe das nicht. Hab keine Sorge, ich bin sicher, dass Wagnis gefasst werden wird. Spätestens dann wird sich alles aufklären. Immerhin konntet ihr den Morden ein Ende setzen und euch die Waren vor einem grausamen Tod bewahren. Ich bringe euch nun zum Graf von Grovin. Graf Grovin, wer auch immer. Er wird sicher hoch erfreut über Neuigkeit sein. Das sehe ich auch so. Also gut, jetzt auf zum Grafen. Nieser bahnt sich an. Wird er durchkommen? Wird er durchkommen? Er wird nicht durchkommen. Er wird nicht durchkommen. Er kommt nicht durch. Dieser Nieser kommt nicht durch. Oder? Vielleicht doch? Puh, okay, ich hoffe, er kommt nicht durch. Okay, er kommt nicht durch. Gut. Ich hab meine Ruhe. Hallo Graf. Schöne Mütze. Ah, endlich lerne ich euch kennen. Ich habe schon so viel von euch gehört. Danke. Ja, ich bin super, gell. Und die Täter zerstreckt. Ach, das war doch gar nichts. Mensch, also hier. So stop it you. Dank euch. Kehrt in Ferdok endlich wieder ein wenig Krieg. Ich kriege das mit, wenn du mir Geld gibst. Ich war nicht alleine verantwortlich. Meine tapferen Begleiter, vorgräben Sohn des Ferrolaks, Gladys Lardromir und Rulana von Kurkum gebührt ebenso viel Ehre, wie auch der Archivarin Lucent, die uns hilfreich zur Seite stand. Es ist meine wahre Ehre, solche Gruppe voller Hellentum vor mir zu haben. Wie ihr sicherlich wisst, wurde die Aufklärung der Morde eine hohe Summe ausgeschrieben. Diese habt ihr euch redlich verdient. Nehmt diesen Orden der Stadt Ferdok als kleine Geste. Ohne nicht zu vergessen, die ausgeschriebene Belohnung. Doch dies ist noch nicht alles. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Vogt den Darianer. Lords Ward von Burg, es ist meine besondere Vergnügen, euch endlich kennenlernen zu dürfen. Das Vergnügen liegt auf meiner Seite, wer auch immer du bist. Etikette, Etikette. Hahaha, sehr gut. Die Vogt ist übrigens die Auftraggeberin eures seligen Freundes Arno vom Eberstamm. Sie war es auch, die die Idee hatte euch Arnos kräftig das Leiden zu überlassen. Ihr wisst doch nicht, ich hab ein Haus. Ich krieg das Haus, wie geil. Entschuldigung. Sie war es auch, die Idee hatte euch Arnos kräftig das Leiden zu überlassen. Ihr wisst schon, das Haus welches er am Bragasplatz bewohnte. Ich bin mir sicher, das wäre auch in seinem Sinne gewesen. Ähm, Dankeschön. Das ist allerdings noch eine schlechte Nachricht. Es sind noch nicht alle Mörder gefasst. Kastan Wagnitz ist flüchtet. Kastan Wagnitz sagt dir, er war an den Morden beteiligt. Donnerwetter. Wie ich mich nur derart in ihm täuschen konnte. Tja. Aber es wird mit der Angst zu tun bekommen und stiften gehen, wenn es nur zur Abwechslung mal für ihn freundlich wird. Naja. Wenigstens sind wir den theoretischen Malunken damit erstmal los. Entschuldigung. 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 Wartet noch. Wartet noch. Ich würde gerne einen Augenblick mit euch reden. Es geht um Ardo vom Eberstand. Wenn es um meinen alten Freund und Mentor geht, dann gerne. Ha. Hab ich euch richtig verstanden? Ferio vom Ferdog locknete, Ardo umgebracht zu haben? Dem ist so. Wie ich Graf von Grovin schon sagen wollte. Er wollte damit nur seine eigene Haut retten. Aber er sagte, wisst ihr vielleicht, weshalb Ardo zu dunkler Stunde am Hafen war? Nun, ich bat Ardo gewissen kreisenden Ferdog einmal auf den Zahn zu fühlen. Offenbar hatte das geschwächtere Ferdog einige halbgierige Gestalten zweifelachten Rufs angelockt. Vor allem der stetig zunehmende Schmuggel im Hafengebiet gibt Anlass zur Sorge. Ardo sollte herausfinden, wo die Fäden des korrupten Netzes zusammenlaufen. Zu allem Überfluss wurde das Ganze noch von einer Streitigkeit der zwei mächtigsten Ferdoger Handelshäuser überschattet. Seine Aufgabe war also alles andere als leicht. Die Sache verwirrt mich. Glaubt ihr etwa, sein Mord könnte auch mit diesen Untersuchungen im Hafenfeld zu tun gehabt haben? Waren diese Kultisten am Ende die kriminellen Geschäfte am Hafen verwickelt? Da bin ich überfragt. Zugegeben, eine Verbindung könnte bestanden haben. Aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Was würdet ihr davon halten, Ardo's Untersuchungen in seinem Sinne fortzusetzen? Äh, ja, kann ich machen. Für den Anfang haltet euch am besten an eines der beiden Handelshäuser. Ihr regt am wenigsten Aufsehen, wenn ihr an dem Hafen nach Arbeit fragt. Verschafft euch etwas ansehen. Vielleicht kommt ihr so an die ein oder andere wichtige Informationen. Störer Brands haben ihren Handelsbossen in der Nähe der Brauerei. Und deren Konkurrenz an Nice-Spec ist im öffentlichen Hafengebiet der Nähe der Docks. Aha. Okay, ich werde sehen, was ich machen will. Meldet euch wieder, sobald ihr einen der Handelshäuser in den Unterkommen konntet. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich alles tun werde, um Ardo's Nachforschung an seiner Stadt zum Erfolg zu führen. Auf bald! Ich habe Geld. Guckt euch das an, so viel Geld. Ist das nicht schön? Ich bin reich. Reicher als reich. Und ich bin keine Stufe aufgesteckt. Doch, bin ich. Ha. Sehr schön. Ich werde jetzt... Ja. Zauber. Zauber, zauber, zauber. Verdammt. Ähm. Ja, so. Machen wir hier nochmal hoch. Und dann haben wir noch 27... Entschuldigung. 27 übrig. Und die verteilen wir mal hier. Und... Boah. Ich sage da. Okay. Läuft. So. Was tun? 97. Komm. Machen wir hier. Wir kriegen wir nicht. Und wir gehen auf die Hiebwaffen. Hiebwaffen. Äh, ist nix. Hört. Dann, äh... Sonderfertiger entbringt nichts. Aber hier. Selbstwertung. Zack. Schleichen. Auf jeden Fall mal hoch hier. Können wir nicht so lassen. 206. Ähm. Waffen. Nix. Meine Güte, was ist los? Entschuldigt. Äh, schleichen. Hoch. Heilkunde. Menschenkenntnis. Tierkunde. Tierkunde. Es ist eine, der es kann. So. Auch viele Punkte bekommen. Sag Gott. So, machen wir mal hier. Und dann hier nicht. Verdammter Mist. Machen wir hier runter. Und dann hier noch. Okay. Das andere legt man dann mal auf. Falschen. Du gehst da jetzt einkaufen. Okay. Gott. Inventar schließen. Inventar schließen. Es gibt so. Okay. Was haben wir noch? Nix weiter. Nix weiter. Gott. Mitkommen. Bleib Fuß. Hm. Entschuldigt. Mein Name ist Wirt. Hallo Wirtwusch. Ich bin, äh, Wal. Der Hausverwalter des Herrn vom Eberstamm. Ich habe jahrelang in seinem Namen das Anwesen verwaltet. Doch nach seinem Tod war die Zukunft des Hauses ungewiss. Man sagt mir aber, dass ihr ein Freund Ardo seid und euch Graf Grofin das Haus übereignet hat. Stimmt das? Ja, ist meins. Ich bin Lautswald von Börk. Ein Lord. Ich wollte fragen, ob ihr nicht meine Dienste gebrauchen könntet. Ich kenne das Anwesen sehr gut. Ich habe es jahrelang geführt und es würde mich freuen, euch bei den Angelegenheiten im Haus zur Hand zu gehen. Oh, Herr Wirwursch. Das hat sich einer reiner prächtigen Idee an. Ich bin mir sicher, das wäre im Sinne Ardo's gewesen. Oh, wunderbar. Ich werde schnell einiges vorbereiten. Am besten treffen wir uns in eurem Haus. Vielen Dank nochmal. Bis nachher. Tschüss. Weißt du, wenn du dich bei... Wenn du vor mir da sein willst, dann soll es etwas schnell laufen. Ich bin nämlich schnell da. Ich bin wirklich froh, dass ihr es bekommt. Ja, ist das nicht schön? Vielleicht hat Ardo irgendwelche Hinweise übergelassen, die uns weiterhelfen. Geld oder so. Wie geht das mal raus hier? Grafenstadt. Ah, siehste. Kaum so viel kostenlos rein. Blöde Wache. Was heißt, wir haben die nicht bezahlen können? Aber gut. Wir sind einfach so gut. Wisst ihr das? Wir sind einfach so gut, dass wir hier rein dürfen. Wir sind Pro-Gamer. Sag ich doch. Ach, meine Güte. Ich muss die ganze Zeit niesen, aber es ist bis jetzt nix. Ich kann es nicht nennen. Ich habe dieses Niesen-Gefühl, aber ich kann nicht niesen. Jo. 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 Können wir machen. Aber erstmal. Oh. No. Hm. 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 Geld. Was hast du? Eine Schaufel. Eine Mistgabe. Es bringt mir nicht. Nein, du bist so ein. Das ist super. Besen. Oh mein, den kann man dir auch so. Können wir auch schlagen. Ist ja sehr schön. Vorstellungen aufrechen. Das ist ja nicht so toll hier. Oh gut. Danke für dein Angebot. So. Hier. Hallo, junge Dame. Ich erleichter dich mal und dein Geldbattel. Scheint dir sehr schwer zu sein. Vielen Dank. Hallo. Willkommen. Die eine Güte immer. Super. Jo. Ich guck mal. Uh. Das ist ja nicht so schön. Ähm. Kann ich hier ohne? So. Ah. Zu spät. Hat es geschafft? Ne, hat es nicht. Äh. Fertig. Gott. Das bist du. Ja. Sehr wohl. Komm. So. Und jetzt mach auf. Die Äpfel sind wunderschön. Ach du Scheiße. Na Gott. Dann ohne. Gut. Die zwei haben wir noch nicht gehabt. Töööö. Los. Beklau sie. Sie wollen das auch. Ups. Nein, nein, nein. Nicht ansprechen. Nicht ansprechen. Hey da. Was soll das? Keine Sorge. Ah fuck. Danko. Jo. Was ist denn passiert? Ah. Äh. Da befindet sich doch im Aufbau. Tja. Eigentlich sollte heute mein Bruder Nahrung mit frischer Fahrer aus Angbar kommen. Aber. Doch wegen des erstkündig aufgehobenen Sperrungen Fairdogs kam er nur bis Steinbrücken. Oh. Immerhin passiert schon die Weitreise nicht genehmigt wurde. Er ist dann völlig verärgert wieder umgekehrt. Das einzige was ich von ihm bekommen habe ist ein bitterer Brief. Das ich den langen Weg noch nicht noch einmal antreten würde. Bis ich lange im Völk angewältig beruhigt habe. Nun habe ich ihn zurückgeschrieben. Allerdings antwortete er nicht. Und ich stehe hier mit einem unverlangenen Stand und keiner war er. Ein Albtraum. Das ist wirklich schrecklich. Kann ich einfach wieder helfen? Und ja. Da kann man nichts machen. Ich hoffe nur, dass es sich mein Bruder bald bei mir meldet. Mein Geld geht langsam zum Neige. Und er hat die Pacht für den Sternblock. Du bist auch bald fällig. Das ist toll. So ein bisschen. Kann man den auch die bestellen? Sehr gut. Mach ich. Bitte. Mach. Oh Mann. Es soll gar nichts werden. Das ist normal. Kommt mal Leute. Ist hier nur die Tue? Ne. Vielleicht dahinter. Aber ich lass mal hier hin. Klar. Ist keine Drohung oder? Ne. Keine Drohung. War mit Fass. Ich mach's mal kaputt. Gegrüßt. Gegrüßt. Ja. Ich guck mal. Küras. Oh. Wartiertem Unterzeug. Floret. Rapier. Sieben Dukaten. Kann das. Das ist eine Fechtswaffe. 1B plus 4. Und wir haben gerade 1B plus 3. Oder ist ja nicht die Welt. Na ja. Dann machen wir nichts weiter. Edle Handschuhe. Gladiator Helm. Oh. Braucht das jemand? Und. Okay. Du hast noch Fingerfertigkeit oben. Da wird man dich loben. Wenn du alles gut machst und diese Kiste öffnest. Aber wir müssen das Geld. Ah. Ja. Ja. Ich komm gleich zu dir. Oh man aber. Gut. Es ist niemanden stört wenn ich hier so eine Truhe öffne von einem Händler. Das ist doch nicht möglich. Die Dinger kann man nicht öffnen oder? Guck mal da kann ich jetzt wieder hin. Aber wir machen das mal das Faszium kaputt. Zerstörs. Hepp. Und dann guck mal was es noch so für Händler gibt. Bevor wir hier uns um diesen Mann da oben kümmern mit seinem Brunnen. Der mir schon langsam auf die Eier geht. Oh je oh je. Was mache ich denn jetzt? Ja. Kümmer dich. Oh. Händler borgen nichts. Seid gegrüßt. Oh. Wir verkaufen erstmal was. Was wisst ihr das? Dass wir hier eigentlich mal verkaufen müssten. So. Ach komm. Ich brauch's auch nicht. Ey hier. Oh. Zwei Dukaten ey. Das lohnt sich ja richtig. Du. Versuch dein bestes. Sehr schön. Das wollte ich hören. Wir verkaufen jetzt mal. 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 Teufel. Mal. 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 das behalten wir mal, das können vielleicht noch nützlich sein. Das Blattgold behalten wir auch nochmal. Und wir gucken mal, was wir jetzt kaufen können. Wir haben 66 Dukaten. Dukaten. Was haben wir denn überhaupt jetzt bekommen? Wir haben noch irgendwie so ein Pferducker oder was auch immer bekommen. Pferdekabzeichen. Was kann das? Etikette 5. Oh, das legt mir mal an hier. In der Zeitung können wir glaube ich auch verscherbeln, oder? Wollen wir den noch? Die haben uns echt nie angeguckt. Geht das nicht mehr in die Tasche? Ist voll. Okay, die Zeitung gucken wir uns mal kurz an. Also ich könnte in der Pause drücken auf Youtube. Youtube. Lesen, benutzen. Mit Auto zur Tat geschrieben. Also wie gesagt, drückt einfach Pause. So. So, einfach in der Pause drücken. So. Bitteschön. Weil die es gelesen wollen, haben wollen, gelesen. Achso, das ist Alkohol. Ach, kein Wunder. Okay. So, jetzt können wir einkaufen. Hat ja sehr viel gemacht bisher. Alles klar, was nehmen wir mit? Kettenhaube. Ich glaube, bei solchen Sachen kann ich nicht zaubern, ne? Behinderung. Nur 5. Ich weiß nicht, was das heißt. Auf jeden Fall. Nehmen wir das mal mit. Jetzt hab ich natürlich gleich das Häuser gekauft. War ja wieder typisch. Das Kettenhemd in Lederwams. Ah, Lederbeinschienen. Du sollt Darnstiefel. Oh, ne, probiere ich auch gar nicht. Okay. Ähm. Behinderung. Gucken wir mal. 3,0. Ne, das ziehe ich nicht an. Das kriegt vielleicht mal sie. Das da. Was ist das Behinderung? 3,0. Alter. Das kriegst dann du. Die zu ich, man. Ich will auch mal was haben. Handybehinderung. 1,2. 1,0. 1,0. Was sind die Behinderung? 2,0. Ach so, da wollte ich guck. Nur kommen nur. Okay, dann haben wir die machen. Die könnte sich anziehen. Hey. Zeig ich nicht. Gott, dann kriegt irgendwann alles das hier. Und den Helm. Dann kriegst du. Was ist das? Schön. Schön Helm. So. Wunderbar. Das bin ich. Das bist du. So, jetzt hat sie keine Hose mehr. Ich nehme die Sache in die Hand. Sieht das gut aus, wenn du das ansiehst. Okay. Das ist aber nicht so gut, ne? Gut, dann lassen wir das mal an und kauft jetzt hier noch eine Hose. Oh, muss ich ja noch eine Hose geben. Ich kann mich nicht so nackig hier rumrennen lassen. Doch, dann lass die nackig rumlaufen. Halt die Klappe. Okay. Aber es gibt es denn irgendwo irgendwo Waffenhändler oder so? Oh, das sieht aus wie ein Waffenhändler. Gewitte Waffen. Oh, bei mir findet ihr die schärfsten Schwerde. Äh, keine Ahnung, was das ist. Oh, jetzt schnell, brennt, schmernt, 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 krank, kriegshammer, sperr, piker, hellebarde. Oh. 1 W plus 5 und meine? 1 W plus 5. Dann kaufe mir nix. Also ich für mich nicht. Äh. Säbel. 1 W plus 4. Wir machen mal sie. Teilmeister ist auch ein Säbel. 1 W plus 3. Ja, dann kaufen wir das mal. Du benutzt grad Vorkommensachse. 1 W plus 3. 1 W plus 5. 1 W plus 5. 1 W plus 5. Das ist auch super. Das ist doch noch 1 W plus 4. Aha. Das Ding, das ist 18 Dukaten. Das ist viel zu teuer. Ich glaub gar nicht. Ha. Herr Kampfstoff ist nicht das dann. Nimm die W plus 2. Das lass ich überhaupt nicht. Okay. Wollen wir mir ne Kriegshammer kaufen? Ich mein, das wird zu schwer. Das wird zu teuer, mein ich. 18 Dukaten. Aber ich mach das. 2 W plus 2. Boah. Ich weiß nicht. Soll man das machen? 18 Dukaten. Ich mein doch. Ach. Ach. Gott, noch mal 11. Äh. Naja. Mal 1 W plus 6. Bekörperkraft 7. Äh. Das haben wir. Wann noch mal ganz kurz. Körerkraft haben wir. Ich seh's nicht. Was ist das? Na, was haben wir denn für Wert? Ehh. 12. Okay. Nennens ist es überhaupt noch nicht. Nennens ist es überhaupt noch nicht. Nennens ist die Helebade zu kaufen. Also von daher. Ja. Kaufen wir jetzt ihm hier die Stille. Äh. Die Stille würde ich sagen. Quatsch. Die Dingsbums da. Dings da. Booms da. Da. Das geht auch nicht. Ne. Die muss sie anhaben. Ja. Okay. Das ist auch ganz falsch. Wir wollten das nehmen da. Gut. Na. Dann wollen wir mal so. Seid. Viel Spaß damit. Ja. Bam. Äh. Wie viel hast du? 10. 10. 10. Wir werden jetzt da drauf skillen. Also hier. 2 Handpieper. Okay. Lacht nicht immer so. Wir öffnen jetzt auch die Drohne. Danach mach ich das mal auf so einen Stopp. Wie guckt uns beim nächsten Mal dann in der Grafenstadt um. in den Kopf in der Hose. Hey. Cool. Fein. Sicher. So. 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 das kann der Kopf ja gut aber bringt nichts wirklich okay und sie hat allerliebst hier kann man das so lassen okay das heißt wir haben es kaum neue Waffen also halt sie haben auch das können wir noch geben Juli und auf zu jammern wir sind damit so was du den Seelstabend das ist super aber man steht für sich kaufen oder so dass es in den Holzschilden nicht wirklich dann wenn wir die Aufnahme und wir kommen zum nächsten Mal ein bisschen wenig abstand um man so wird wenn die Mini-Dinger sind und die Orten denn bis zum nächsten Mal zu tun zurück